Herzlich willkommen bei der vierten Folge unserer Serie, die zwölf größten Fehler beim Marketing bei deiner Webseite. Ich bin froh, Christoph, dass du heute wieder hier bist als Geschäftsführer und Spezialist der Digitalagentur 360 Karat. Und du wirst uns heute mitteilen, was der vierte große Fehler ist. Der vierte größte Fehler ist es, zu denken, du kannst deine Seite selber gestalten oder deine Seite von einem Kumpel gestalten zu lassen. Weil, wenn ich mich dich so ansehe, gehe ich auch davon aus, dass du bei einem Friseur warst. Ja, klar. Und genauso ist es auch bei deiner Webseite. Du machst deine Webseite nicht selber, weil du deine Haare nicht selber schneidest. Du gehst zu einem Friseur, der professionell ist, der genau weiß, was er tut. Der weiß auch, wie eine gute Frisur aussieht und auch auf die Details achtet. Und genauso ist es bei deiner Webseite. Du kannst sie selber machen, aber dann wird sie nicht verkaufen. Du kannst deinen Kumpel die Webseite machen lassen, aber auch sie wird dann nicht verkaufen. Und genauso ist es auch, wie gesagt, beim Friseur. Du gehst hin, weil du eine professionelle Leistung haben willst. Genauso ist es auch bei deiner Webseite. Das habe ich selbst auch erlebt bei meiner Webseite. Die war zwar schick oder mir hat sie gefallen, aber ich zum Beispiel wusste gar nicht, was der Unterschied ist zwischen einer Kontaktseite und zwischen einer Landingpage. Also ein Grund, weshalb ich tatsächlich keine Kunden gewonnen habe. Und was war auch ein großer Fehler, dass ich selbst mit einem Tool damals im Baukastensystem es gemacht habe, selber Fotos hochgeladen habe. Und dann war die Seite so langsam, dass sie von der technischen Seite überhaupt nicht überprüft war und gar nicht gut funktioniert hat. Oder ich habe dann mal ein Template genutzt, was gar nicht für mobile Endgeräte optimiert. Also da kann man so viele Fehler machen. Und deshalb natürlich deiner Meinung nach sollte es auf jeden Fall ein Spezialist sein, der nicht nur die Planung macht, sondern auch tatsächlich die Umsetzung. Definitiv und vor allem jetzt auch mit dem Thema Datenschutz ist es nochmal gefährlicher geworden, vor allem auch was dann Abmahnungen angeht. Gerade letztens habe ich eine, sage ich mal, Kundenwebseite gesehen und es war nicht mein Kunde und da hat der komplette Cookie-Konsent gefehlt. Also dass du bestätigen musst, dass du Cookies akzeptierst, hat komplett gefehlt. Das bedeutet, die Seite ist abmahnfähig und kann nicht Geld kosten. Was würdest du also empfehlen, wenn du jetzt als Marketing- und Verkaufsarchitekt einem Kunden einen Tipp geben möchtest, worauf er achten sollte, wenn er die Entscheidung trifft, günstig selbst was zu machen oder einen Dienstleister zu finden? Was wäre grundsätzlich immer deine Empfehlung? Meine Empfehlung wäre in dem Fall zuerst das Konzept einer guten Webseite zu verstehen. Das ist das Mindeste. Aber dann sich die Fähigkeiten anzueignen, so etwas zu programmieren, ist sehr zeitaufwendig. Zum einen, da ist es wichtiger, die eigene Kernkompetenz zu optimieren, als die Zeit zu verwenden, um eine Webseite zu gestalten, was man häufig bestenfalls nur einmal machen müsste, wenn man alles richtig macht. Und wenn dann du als YouTube-Nutzer noch Infos darüber haben willst, wie du die psychologischen Faktoren deiner Webseite verstehen kannst und verstehen möchtest, wenn du das willst, dann lad gerne den Leitfaden dazu herunter. Den findest du in der Beschreibung. Und zum Abschluss noch dieser vierten Serie, bevor du uns gleich noch erklären wirst, was im fünften Teil kommen wird, auch noch eine Erfahrung von mir. Ich beispielsweise habe mir auch eine Webseite machen lassen, erstellen lassen, teilweise selbst gemacht. Und dann zum Schluss das Ergebnis gab, dass alle Kontaktfelder nochmal ausgetauscht werden mussten, weil die bestehenden Kontaktfelder waren überhaupt nicht in der Lage, mit technischen Messinstrumenten, mit einer Software zu verknüpfen, die überhaupt verfolgen kann, wie viele Leute drauf waren, wie das Verhalten war, wie viele konvertiert sind. Also musste alles nochmal gemacht werden. Also von daher gleich an einen guten Marketing- und Verkaufsarchitekten dann wenden, der das gesamte Konzept auch technisch und den gesamten Prozess vor und nach der Webseite auch im Blick hat. Lieber Christoph, was ist nun beim nächsten Teil, beim fünften Teil das Thema? In der heutigen Folge ging es darum, den Fehler zu verhindern, deine Seite selbst machen zu wollen. Und in der nächsten Folge wird es darum gehen, ein weiteres Extrem zu identifizieren und diesen Fehler zu verhindern. Vielen Dank für den vierten wertvollen Beitrag heute, lieber Christoph. Und du bist gerne eingeladen, nicht nur den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und weiter zu empfehlen, sondern auch die Glocke zu betätigen. Denn dann wirst du informiert, wenn es den fünften Teil gibt. Bis morgen, dein Daniel Schäfer und Christoph Schönghammer.